Hallo und herzlich willkommen bei mir. Schön, dass du heute hier bist. Wie geht's dir denn? Hattest du eine gute Reise hierher? Ja, das glaube ich. Wenn man das erste Mal hier ist, ist das ein wenig überwältigend, würde ich sagen. Aber keine Sorge, ich habe das hier schon sehr, sehr, sehr oft gemacht. Das wird alles super laufen, okay? Perfekt. Ja, ist dir schon erklärt worden, was wir heute machen oder soll ich? Ich erkläre es gerne noch einmal. So, wir machen heute zusammen oder ich mal bei dir eine graniale Nervenuntersuchung. Das heißt, dass ich einfach ein paar Dinge bei dir austeste. Wir werden einfach dein Stilvermögen testen, ob du gut hörst. Dein Geschmack testen wir heute nicht aus. Ja, schauen wir einfach einmal, okay, lassen wir es auf uns zukommen, am besten. Genau, ich zeige dir aber ein paar Sachen, die ich hier habe, damit du auch keine Angst hast. Wir haben hier zum Beispiel Watte, die ist ganz weich. Oder ich habe hier ein Lineal, auf der anderen Seite sind ein paar kleine Tierchen, das sind auch total süße. Also, du brauchst keine Angst haben. Perfekt. Ja, wie gesagt, ich mache das oft oder ich habe darin Erfahrung, das läuft eigentlich immer gleich ab. Ja, genau. Als allererstes, mach es dir einfach bitte einmal schön bequem. Setz dich nicht da, leg dich hin, wie es für dich besser ist. Und dann starten wir schon, okay? Perfekt. So, aber bevor wir starten, also sagen wir einfach, wir starten. Und zwar das allererste, möchte ich fragen, ob du irgendwer, ja wie soll ich es nennen, ob irgendetwas auffällig an dir ist, sei es von deinem Körper oder von deinem Verhalten, einfach sicherheitshalber, bevor ich den Test beginne, damit wir hier auch keine Probleme haben. Sei es, ob du irgendetwas allergisch bist oder irgendwelche Verhaltenstörungen hast oder entwickelt hast und wenn ich irgendetwas Bestimmtes teste, dass das nicht zu Konsequenzen führt. Das wollen wir natürlich nicht. Also, hast du da irgendetwas entdeckt oder wurde irgendwas getestet herausgefunden bei dir? Nichts, okay. So, Name, Adresse und alles habe ich sonst eh schon bekommen. Dann fangen wir mal an. Als allererstes, bevor, ja, sagen wir es jetzt als erste Test, da habe ich hier diese schwarzen Handschuhe. Damit werde ich einfach einmal zuerst dich abtasten, also deine Haut und alles wird nicht wehtun, könnte kitzeln. Aber, ich versuche es, ja, so angenehm wie möglich zu machen. Solltest du aber irgendwelche Schmerzen empfinden, wenn ich auf eine Stelle drücke, zum Beispiel im Gesicht, ob das weh tut, bitte gleich sagen, okay? Oder unangenehm ist. Ansonsten bist du nach diesem Test auf jeden Fall wieder bei dir zu Hause. Also, also, du wachst, sage ich mal, in deinen Bett dann aus. Genau. Erinnern wirst du dich an diese Reise? Schon, aber ich werde das so machen, dass es sich für dich so anfühlt, als ob es ein Traum war. Genau, das ist, oder zählt schon zum Test dazu. Du, einfach, wir haben hier verschiedene Kameras auch aufgebaut, einfach um zu sehen, wie du reagierst und alles. Also, entspann dich einfach und lass mich mal. So, dann zieh ich dir die Handschuhe natürlich auch an. Jetzt habe ich diese Handschuhe angezogen, ich werde dir jetzt gleich in dein Gesicht greifen und es abtasten, also nicht erschrecken. Wie gesagt, falls du Schmerzen hast, irgendein ungutes Gefühl oder irgendetwas, bitte gleich sagen, okay? Okay, perfekt, so, Vorsicht, ich beginne jetzt mit dieser Gesichtshälfte und taste einfach deine Stirn ein wenig ab. Bei deinen Schläfwangen, deine Nase, den Kinnbereich, einfach alles, würde ich sagen. Okay, dann bei den Ohren. So, den Ohren. Perfekt, dann kommen wir auch schon zur anderen Gesichtshälfte. Da gehe ich wieder gleich vor, von oben nach unten, Stirn, Schläfe, Wangen, Nase, Kinnbereich und auch hinter zu den Ohren, oder zu deinen Ohren, besser gesagt. So, den Ohren. Ich habe jetzt keine Unebenheiten, Rötungen, Schwellungen oder irgendetwas entdeckt, was nicht passen könnte. Ich glaube, du hast auch keine Schmerzen empfunden, oder? Perfekt. Das heißt, es hat alles gepasst. So. Dann als nächsten Test, oder gehen wir gleich weiter, besser gesagt, da lasse ich jetzt noch die Handschuhe an kurz, möchte ich, dass du einfach versuchst, meinen Fingern zu folgen, okay? Das ist der erste Test von zwei Sehtests und ja, damit möchte ich einfach schauen, ob du das leicht schaffst, ob für dich das schwierig ist, ob da irgendetwas wehtut, wenn du deine Augen von der einen Seite zu der anderen bewegst. Genau. Ich werde sie danach jetzt auch noch gleich mal anschauen, ob genug, ob sie nicht zu trocken sind, ob irgendwas entzündet ist, oder? Ja. Egal. Fangen wir einfach an. So. Bitte einfach den Finger folgen. Ich bewege ihn von der einen zu der anderen Seite, von oben nach unten, in kreisenden Bewegungen, und auch bei der anderen Seite einfach den Finger versuchen zu folgen. So. Perfekt. Das hat super geklappt. Dann werde ich jetzt sofort deine Augen noch anschauen. So. Nicht erschrecken. So. Du kannst es auch gerne schließen. Ich taste es einfach mal ab. Genau. So passt. Dann schaue ich einfach mal. Ich drücke jetzt ein wenig rum. Dürfte, wie gesagt, wieder nicht wehtun. Ein wenig kitzeln. So. Perfekt. Bitte öffnen. So. Dann schaue ich es mir noch einmal genau an. So. Sieht aber alles ganz normal aus. Auch nicht zu trocken. Es dreht jetzt ein wenig, aber es ist normal, wenn ich hier rumgreife. Perfekt. Das passt auch alles so. So. Dann als nächstes spielen wir wieder eines oder spielen wir Folge den Licht. Ich glaube, das kennst du schon. Dafür schalte ich hier einfach bei meinem Handy die Taschenlaube ein. Und dann versuchst du einfach so gut wie möglich dich auf das Licht zu konzentrieren. Den Licht zu folgen. Und dann hatten wir auch den Seetest überstanden. So. Ich habe es jetzt eingeschalten. Bitte einfach den Licht folgen. Einfach den Licht folgen. Hier mache ich wieder von der einen Seite zur anderen. Von oben nach unten. Und dann versuch dich nur auf das Licht zu konzentrieren. Auf das Licht zu konzentrieren. Auf das Licht zu konzentrieren. Einfach deine Augen auf das Licht. Von der einen Seite zur anderen. Von oben nach unten. Von oben nach unten. Perfekt. Das haben wir dann auch geschafft. Dann werden wir jetzt mit einem kleinen Hörtest weitermachen. Dafür. Wirst du mir dann einfach bitte sagen. Von wo das Geräusch kommt. Genau. Ob du es gut hörst. Ob du es schlechter hörst. Natürlich werde ich auch schon wie zu schnell du reagierst. Und falls irgendetwas ja bemerken, dass du vor einem Ohr nicht zu gut hörst. Dann werden wir es natürlich auch gut untersuchen. So. Dafür habe ich einfach diese Wälder. Diese zwei. Okay. Und ich werde jetzt immer einen bewegen und so. Wirst du mir einfach sagen, von meiner Seite das Geräusch kommt. Okay. Okay. Du kannst auch gerne deine Augen schließen. Okay. Dann ist es ein leichter Feld hier zu konzentrieren. Okay. Genau. Perfekt. Und ein letztes Mal noch. Genau. Richtig gemacht. Jetzt habe ich hier noch. Dieses Teelicht. Das hat so. Schaut ein wenig aus wie kleine Zuckerstreusel. Damit werde ich jetzt auch einfach ein paar Geräusche machen. Und du sagst mir, ob du das gut hörst, klar hörst, schön, ein schöner Klang ist oder dir irgendwas auffällt. Okay. Perfect. So. Hattest du jetzt da auch keine Schwierigkeiten, oder? Nein? Gut. Gut. Dann als nächstes möchte ich jetzt bitte noch dein Gesicht abmessen. Dafür habe ich hier dieses Lineal schon. Das habe ich dir am Anfang hier schon gezeigt. So. Perfekt. Ich messe nur den Abstand zwischen deinen Augen und deiner Nase. Deinen Mund, Augenbrauen, linken Ohr, rechten Ohr, Kinn, deine Gesamtgesüchtslänge, Breite. Einfach so ein paar Sachen. So. Wir sind gleich fertig. Es geht immer ziemlich schnell. Versuch dich einfach dabei zu entspannen. So. Und das war's auch schon. Jetzt kommen wir zu unserem heutigen letzten Test. Das ist auch meiner Meinung nach der angenehmste. Den habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Und zwar kommt hier die Warte ins Spiel. Und der ich dir am Anfang erzählt habe. Das wird einfach so ein Fühltest werden. Nenne ich ihn jetzt mal. Und zwar werde ich jetzt einfach über deine Haut drüber gehen. Sehen, wie du reagierst. Könnte wieder kitzeln. Sollte aber angenehm sein. Und wie immer, wenn irgendwas unangenehm ist, Schmerzen da sind, bitte gleich sagen, okay? Okay. Super. Vorsichtig. Ich beginne jetzt, ganz langsam über dein Gesicht zu streicheln. Sollte weich und angenehm sein. Sollte weich und angenehm sein. Flauschig und kuschelig. Und die andere Seite. Weich und angenehm. Flauschig und kuschelig. Weich und angenehm. Flauschig und kuschelig. Weich und angenehm. So. Perfekt. Das trage ich jetzt schnell noch bei mir ein. Alle Tests waren wirklich sehr zufriedenstellend. Positiv würde ich sagen. Ich habe jetzt nichts gemerkt, was nicht gepasst hätte. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du hier warst. Ich werde dich jetzt in einen tiefen Schlaf ersetzen und du wirst erst morgen früh in deinem Bett wieder aufwachen. Dieses ganze Ereignis wird dir wie ein Traum vorkommen, okay? Perfekt. Dann wünsche ich dir eine gute, gute und erholsame Nacht. Wunder, wunderschöne Träume. Und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.